Hallo Leute, in dem heutigen Video werdet ihr einige der besten beheizbaren Decken auf dem Markt überprüfen. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Benutzerzufriedenheit kombiniert. Weitere Informationen findet ihr im Beschreibungsfeld unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder unten auf das Glockensymbol zu klicken, um als erste über unsere Videos informiert zu sein. Auf Platz 3 haben wir die Gerbing 12 Volt beheizte Jacke Liner 2.0, beheizte Kleidung. 7 Heizzonen, erlebt beispiellose Wärme mit der Gerbing 12 Volt beheizten Jacke Liner 2.0, die 7 strategisch platzierte Heizzonen bietet. Sorgt dafür, dass jeder Teil eures Oberkörpers komfortabel beheizt bleibt, damit ihr euch auf die offene Straße vor euch konzentrieren könnt. Abnehmbare Kapuze, passt euch mühelos den sich ändernden Wetterbedingungen an, indem ihr die Funktion der abnehmbaren Kapuze verwendet. Ob ihr den schlanken Look bevorzugt oder zusätzlichen Schutz gegen die Elemente benötigt, die Wahl liegt bei euch. 12 Volt betrieben, mit einer 12 Volt Verbindung zum elektrischen System eures Motorrads versorgt. Gewährleistet dieser beheizte Jacke Liner konstante und zuverlässige Wärme während eurer Reise. Sagt Lebewohl zu Batterien und genießt kontinuierlichen Komfort auf der Straße. Robuste und hochwertige Konstruktion. Gerbing steht für Qualität und der beheizte Jacke Liner 2.0 bildet da keine Ausnahme. Hergestellt aus strapazierfähigen Materialien, ist dieser Jacke Liner darauf ausgelegt, den Strapazen von Motorradabenteuern standzuhalten und Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Auf Platz 2 haben wir die Aris beheizte Jacke für Männer. 8 Heizbereiche, erlebt gezielte Wärme wie nie zuvor mit 8 strategisch platzierten Heizbereichen. Diese Zonen decken wichtige Bereiche eures Oberkörpers ab und sorgen dafür, dass ihr auch bei den kältesten Wetterbedingungen komfortabel beheizt bleibt. Vielseitige Batterieleistung. Die mitgelieferte 7,4 Volt Batterie versorgt nicht nur die Heizelemente, sondern dient auch als praktisches Ladegerät für das Telefon. Bleibt unterwegs verbunden und haltet eure Geräte mit Energie versorgt, um jederzeit bereit für das zu sein, was der Tag euch bringt. Stilvolles Design, hergestellt mit einem eleganten schwarzen Äußeren, ist diese beheizte Jacke die perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität. Das moderne Design sorgt dafür, dass ihr gut aussieht und euch großartig fühlt, wodurch es ein vielseitiges Kleidungsstück für verschiedene Anlässe wird, von Outdoor-Abenteuern bis hin zu städtischen Fahrten. Anpassbare Heizstufen. Passt euren Komfort mit einstellbaren Heizstufen an. Die ARIS beheizte Jacke bietet mehrere Heizeinstellungen, damit ihr eure Wärme basierend auf den Wetterbedingungen und eurem Aktivitätsniveau personalisieren könnt. Auf Platz 1 haben wir die Minku beheizte Jacke. Leistungsstarker 7,4 Volt 16.000 mAh Akku, entfesselt das volle Potenzial der Wärme mit dem hochkapazitiven Akku der Minku beheizten Jacke. Diese leistungsstarke Energiequelle gewährleistet verlängerte Heizstunden, damit ihr warm und komfortabel durch eure Winterausflüge kommt. Unisex-Design, zugeschnitten auf Männer und Frauen kombiniert die Minku beheizte Jacke Stil und Vielseitigkeit. Ihr müsst nicht auf Mode verzichten, genießt die Wärme dieser beheizten Jacke, die dazu konzipiert ist, zu jeder Wintergarderobe zu passen. Effiziente Heiztechnologie, mit fortschrittlichen Heizelementen, die strategisch über die Jacke verteilt sind, erlebt ihr konstante Wärme im wichtigen Bereichen. Sagt dem Kältegefühl Lebewohl und umarmt den Luxus einer Jacke, die gezielte Wärme bietet, wo ihr sie am meisten benötigt. Winteressenzial mit Strom, erweitert eure Wintergarderobe um diese elektrisch beheizte Jacke. Perfekt für Outdoor-Aktivitäten, Pendeln oder das Ertragen winterlicher Witterung ist die Minku beheizte Jacke die ultimative Lösung, um in den kälteren Monaten warm und stilvoll zu bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020